Hallo und willkommen in der Zukunft. Grüß euch in Hollabrum. Es ist ein echt cooler Hotel hier. Freunde findet man sowieso ganz leicht. Immerhin sind es über 1500 Schüler. Und Schülerinnen. Hier lernt man, was Spaß macht. Und was man wirklich im Berufsleben braucht. Du kannst deine eigenen Ideen einbringen. Und von den Professoren kannst du lernen, wie man es umsetzt. Zum Beispiel, wie man einen Roboterarm plant und programmiert. Oder wie man einen flugfähigen Quadcopter produziert. Oder wie man ein Elektromotorrad baut. Die meisten Professoren sind eigentlich eh cool. Wieso die meisten? Ausnahmen gibt es überall. Themawechsel. Alle reden vom Umweltschutz. Hier lernst du, was man wirklich zur Umsetzung braucht. Egal ob Elektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen. Alle Fachbereiche zeigen, wie man Umweltschutz machen kann. Sinnvollen Umweltschutz. Und alle arbeiten zusammen, damit du zu einem guten Ergebnis kommst. Und Spaß macht es auch, wenn du siehst, wie die Ideen praktisch umgesetzt werden. Einige von uns gehen ins Internat. Der Nachteil, sie sehen ihre Eltern und Geschwister nicht jeden Tag. Der Vorteil, sie sehen ihre Eltern und Geschwister nicht jeden Tag. Außerdem gibt es viele Freizeitangebote. Und Lernbetreuung kannst du auch kostenlos nutzen. Übrigens, der David Alaba ist hier im Internat gewesen und hat hier seinen ersten Tore geschossen. Einige von uns besuchen die private HTL für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelsicherheit. Hier lernen wir, wie Lebensmittel hergestellt werden. Das machen wir auch selber. Von den einzelnen Produkten bis hin zu höchsten Ansprüchen. Hier lernt man alles, was nötig ist, um die Qualität und damit die Sicherheit von Lebensmitteln zu überprüfen. Und die Erfolge können sich sehen lassen. Auch international. Work hard, play hard. Genau. Wer hart arbeitet, darf auch ordentlich feiern. Auf unserem legendären HTL-Wald zum Beispiel. Den muss man erlebt haben. Wir freuen uns, dass so gut wie alle unsere Absolventen sehr leicht gute Jobs finden. Sie sind nach kurzer Zeit gefragte Leader in Industrie und Wirtschaft. Und die Hälfte unserer Mitarbeiter in den Entwicklungsabteilungen hat eine HTL-Ausbildung. Wir schätzen diesen zukunfts- und praxisorientierten Bildungsweg sehr und haben daher für HTL-Absolventen den Technik-für-s-Leben-Preis gestartet. In den letzten vier Jahren haben zweimal Absolventen der HTL Hollabrun diesen Preis gewonnen. Wir gratulieren dazu ganz herzlich. Ich arbeite seit neun Jahren bei BAXTA. Die praxisorientierte Ausbildung an der HTL für Lebensmitteltechnologie war für mich ideal. Ich bin für die Qualitätssicherung und eine hohe Produktqualität verantwortlich. Niederösterreich ist ein starker Industriestandort. Wir brauchen hier für die Zukunft der Industrie effiziente Prozesse. Die Absolventen von Hollabrun bringen ein gutes ingenieurtechnisches Rüstzeug mit und das setzt sie in die Lage, hier wirklich an zukunftsorientierten Prozessen und Produkten mitzuarbeiten. Also alles in allem lässt sich sagen, das ist eine sehr coole und spannende Schule. Hier lernst du Dinge, die du wirklich im Berufsleben brauchst. Und mit denen man dann später Karriere machen kann. See you soon! Bis bald in Hollabrun. Sehr gut.